Markus Pinkeli, Netzpuls AG. Wir sind Experten für Strategie und Marketing und bringen KMUs vorwärts. Sehr oft wird eine gefragt von Kleinbetrieben. Was können Sie mit mir zusammen machen? Wie können wir zusammen arbeiten? Unternehmensberater klingt immer schon getreuer. Man ist nicht so sicher, ob es etwas bringt. Das hat mich motiviert, durchzudenken, wie ich ein Angebot für kleine Unternehmungen aufbauen kann. Als kleines Unternehmen zähle ich Unternehmen mit weniger als fünf Mitarbeitern. Nach Bundesamtsstatistik zählt das als Mikrounternehmen oder Selbstständige und Start-ups. Und zwar haben sie eine besondere Ausgangslage. Ein Problem, das sie haben, ist natürlich Zeit und Geld im doppelten Sinn. Erstens können sie in der Regel Stunden gegen Geld tauschen oder Produkte gegen Geld. Aber es fehlt ihnen manchmal auch genügend Zeit, etwas aufzubauen oder genügend Geld für etwas aufzubauen. Fachlich sind sie in ihrem eigenen Fach top. Wirklich absolute Spezialisten. Denen kann man gar nichts vormachen. Dort sind sie absolut gut. Trotzdem gibt es Ecken, wo sie in der Regel blinde Flecken haben. In der Regel ist das, was sie sehen, Strategie, Marketing, Verkauf, aber auch alles, was um die Finanzen geht. Das beginnt bei der Buchhaltung, im Cashflow, bei der Liquiditätsplanung oder wie ich das budgetiere. In der Regel sind das die blinden Flecken, die da sind. Aus dem heraus habe ich ein besonderes Angebot entwickelt. Das ist eine Erfolgsspirale. Die nimmt zu, nicht wie ein Hurricane, aber ähnlich, wo man dann im Erfolg endet. In der ersten Phase entwickeln wir das zusammen. Wir machen zusammen in einem einfachen Gespräch eine Auslegordnung. von zwei Stunden schaue ich, in welche Richtung es gehen könnte. Und dann bekommen die kleinen Unternehmer von mir ein elektronisches Working Book, in dem sie ihre Hausaufgaben machen können. In dem sie zwei bis vier Stunden, je nachdem wie man sich gewann ist, diese Sachen erarbeiten können. Nach dieser Erarbeitung machen wir zusammen einen Workshop. Das dauert etwa zwei bis drei Stunden, in dem wir die Strategie zusammen ausschaffen, wirklich glasklar formulieren und daraus Massnahmen generieren. Die Massnahmen werden nicht nur in einem PowerPoint festgehalten, sondern wir machen zusammen eine Projektplanung. Wir definieren Arbeitspaket. Wir definieren, wer verantwortlich ist, bis wann kann man das machen und mit welcher Priorität. Bei Priorität schauen wir auch darauf, dass es in die zeitlichen Ressourcen passt. Ich sage immer, drei gute Massnahmen auf der Strasse bringen viel mehr als 50 gute Massnahmen Schubladen. Lieber drei Sachen gut umsetzen, als 50 Sachen in Schubladen nicht umsetzen. Das ist der Kernpunkt für einen ganzen Start. Ich begleite die Leute über fünf Monate hinweg immer. Einmal pro Monat machen wir zusammen ein Telefon-Coaching, wo wir die Aufgaben durchgehen. Schauen wir, was gut funktioniert hat. Wo könnte man etwas anderes machen? Da gebe ich Tipps aus der Praxis, aus Erfahrung usw. dass man hier das aufbauen kann. Dann geht es darum, zu ernten. Bei diesen Zielsetzungen, die wir gemeinsam am Anfang definieren, schauen wir, was wir erreicht haben, wo es nicht ganz gelenkt hat oder wo wir übertroffen haben. Wie können wir das machen? Ich habe dort auch noch das Ziel, eine Community aufzubauen, vor allem, die durch das Programm durchgelaufen sind. dass man untereinander Erfahrungen austauschen kann, sich gegenseitig helfen usw. Ihr habt hier daraus eine super Marketingstrategie, die ihr euer Unternehmen weiterentwickeln könnt, die ihr darauf aufbauen könnt. Ihr habt klare Massnahmenaufgabenliste, die ihr nur noch umsetzen müsst. Und dann begleite ich das durch ein monatliches Coaching, wo ich gezielt Tipps gebe, Praxistipps, Erfahrungstipps oder auch zurückfragen, wieso wir das genau so machen. Auch das Preismodell hat mit der Grösse zu tun. Dort habe ich zwei Modelle. Man kann es eigentlich unter 1 zahlen oder ich zahle es pro Monat. Lasst mich überraschen, fragt mich an für ein kostenloses Strategiegespräch, wo wir zusammen schauen können, wie man das machen könnte, wo ich dann so ein Angebot ausarbeiten kann. Mein Name ist Markus Pinkeli, Netzpuls AG, Experte für Strategie und Marketing. Wir bringen KMUs weiter. Schaut doch auf dem YouTube-Kanal und abonniert die anderen Themen, die euch echt weiterbringen.